Am Anfang fand ich sie ja voll bescheuert. Und dann ist das einfach so passiert. Wie lange braucht ihr noch? Wir haben hier drei Frauen draußen. Äh, fünf Minuten. Ich hab das Gefühl, sie fühlt es auch manchmal so. Was ist davon gelaufen? Oh. Mann, Irina, das ist meine Oberernste. Aber ich würde an deiner Stelle aber... ...was im Schluss finden. Dann würde ich sie nur an. Warte, lass mir das nur ein. Es ist nur in deinem Kopf. Auch Kaffee? Ich? Nein. Ähm... Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Das ist doch gar nicht. Kannst du ja sowas gesamteknen oder was? Ja. Soll ich das. Echt? Hallo. Will ich aufhören uns zu treffen? Was soll das jetzt? Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Was? Was war das denn? Überhaupt nicht. Na ja, das ist ja schon indirekter noch vorgesetzt. Na ja, das ist ein gutes Ganze. Ja, das ist ja schon mal wieder. Ja, ich binливо. Und ich, kann es nicht, dass die Nachricht endet uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017